Hallo und willkommen zu meinem Video. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe es geht euch allen gut. Ich hatte übriges Harz von einem Meeresprojekt übrig, wie ihr seht die Farben. Das habe ich in dieses kleine Tablett gegossen und das wird das zweite Video sein in dieser kleinen Serie von drei Videos, die euch zeigen, was ihr mit Anlegemilch so alles anstellen könnt. Kommt einfach mal mit. So, ich habe in meinem vorhergehenden Video hier schon die gleichen Stempel verwendet. Das sind Silikonstempel und die verteile ich mir jetzt einfach so, wie ich sie gerne haben möchte, in meiner Schale. Einfach um zu schauen, wie sie aussehen, wenn sie so oder so liegen. So, ich habe sie hier jetzt wieder alle rausgenommen. Und hier seht ihr jetzt meine Anlegemilch. Die ist pastös. Die ist also ein bisschen fester. Die ist also nicht so ganz flüssig. Und jetzt nehme ich meinen kleinen, ja, Schwamm, Make-up Schwamm und tupfe die Anlegemilch auf meine Stempel drauf. Und die stempel ich dann auf meinen kleinen Tray. Und das mache ich so lange, bis das ganze kleine Tablett voll ist an der Oberfläche mit Blätterstempeln. Wenn ihr mit der Anlegemilch stempeln wollt, seht zu, dass ihr eure Stempel gleich mit ein bisschen Isopropanol-Alkohol sauber macht, weil sonst klebt das überall. Das ist wie die Pest vor Wien, diese Anlegemilch. Also das ist furchtbar. Da klebt alles. Also macht eure Sachen gleich sauber. So, der Kleber ist fast trocken. Und ich überlege mir jetzt, welche von den Folien ich benutzen will. Die gibt es in ganz vielen Farben. Ja, hier habe ich jetzt Blau und dieses bunte Regenbogenpapier. Und ja, ich überlege und überlege und am Schluss bin ich dann bei dem bunten geblieben. Ich bin ungeduldig und deswegen trockne ich die Anlegemilch, den letzten Rest noch mit einem Föhn. Guckt, dass das Harz nicht zu warm wird, sonst kriegt ihr da Probleme damit. Ich schaue jetzt, wie viel von der Folie ich brauche und schneide mir da ein passendes Stück ab. Seid vorsichtig, die Folie ist sehr dünn und ihr könnt die Oberfläche auch wegkratzen. Deswegen seid ihr einfach ein bisschen vorsichtig. So, und jetzt nehme ich einfach die Folie und lege die in passender Weise da drauf. Und sobald die Folie mit dem Kleber in Berührung kommt, werdet ihr sehen, dass ihr das, was ihr da drauf gestempelt habt, auch von oben her sehen könnt. Wie gesagt, die ist sehr dünn und fliegt überall hin. So, ganz leicht reiben nur, nicht zu arg und dann überträgt sich die Farbe von der Folie genau dahin, wo die Anlegemilch gewesen ist. Und sobald die Folie ist sehr dünn und fliegt überall hin. So, und wenn ihr das dann da wieder wegnehmt, nachdem ihr da gut gerieben habt, seid ihr ganz vorsichtig, nicht, dass ihr da wieder was mit hochzieht. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich finde es so cool, ja, durch die Farben und den Regenbogen und den Blau unten drunter, also es ist richtig gut geworden. Was sagt ihr, gefällt euch das auch? Schaut mal die Farben, also richtig, richtig toll. Und wenn ich mir die Folie so angucke, sieht es irgendwie aus, als könnte man da noch irgendwas damit machen. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, was. Um die Folie zu schützen, mache ich noch eine ganz dünne Schicht Harz oben drauf, lasse das hart werden und dann ist das Projekt fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr beim Upload von neuen Videos informiert. Lasst mir in den Kommentaren eure Meinung da. Das würde mich sehr freuen. Ich bin für Kritik immer offen. Ich hoffe, ihr seid auch beim dritten Teil von dieser kleinen Serie wieder dabei, die dann nächste Woche kommt. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020